... der Hoffnung mit Step It Tip. Ich glaube, das ist nicht das Gute. Wenn er zu viel redet, nehmen wir ihm alles ab. Warum redest du denn da rein? Das geht doch nicht. Mir geht es gut. Ich bin ausgeschlafen und ready to go. Mir geht es auch super. Mein Finger zieht noch ein bisschen, aber bis zum Spiel kriege ich das hin. Und von dem lasse ich mich auch nicht aufhalten. Deshalb freue ich mich aufs Spiel, fühle mich gesund, fit und energiegeladen. Ich brauche ein gutes Buch, wo ich abschalten kann, mich ein bisschen da drin verlieren kann. Und einfach mal ein bisschen von der ganzen Realität Abstand nehmen kann und mich einfach ein bisschen verlieren kann. Ich habe mein Kopfkissen mitgebracht. Ich packe meinen Koffer und packe ein Kopfkissen ein. Weil ich war schon in so vielen unterschiedlichen Hotels und habe alles schon miterlebt. Tibor ist wie kein Zweiter. Das ist unglaublich. Was der auf seinen Teller packt, ist unmenschlich. Du sitzt da für 20 Minuten, während alle schon wieder gegangen sind und da ist er noch an seinem Salatteller dran. Ich muss ja noch groß und stark werden. Stark bin ich schon, darum groß werden. Das weiß ich jetzt nicht. Was kann ich über Nils sagen? Eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, der aber auch, wenn man ihn fragt, zu irgendwas immer was zu sagen hat, eine gute Antwort parat hat. Ich habe ihn jetzt erst seit ein paar Tagen als Zimmernachbarn. Also ich würde Heiko nehmen. Er kann sehr gut reden. Und eigentlich auch so viel reden, dass man ihm nachher eigentlich alles abnimmt. Darum würde ich Heiko nehmen. Heiko ist für mich schon zu sehr Politiker. Und gerade, ich glaube, das ist nicht das Gute. Wenn er zu viel redet, nimmt man ihm alles ab. Ja, ich würde lieber Andi nehmen. Erstmal, weil ich ihn persönlich richtig gut kenne und ihm vertraue. Aber er ist extrem gebildet und kommt aus derselben Gegend wie ich, aus Berlin. Und hat, glaube ich, die richtige Einstellung zum Leben. Und ist sehr bodenständig. Das mag ich. Dadurch, dass viele uns das jetzt hier nicht so zutrauen, habe ich eine Weisheit des Tages hier vorbereitet. Ein Optimist ist ein Mensch, der ohne einen Pfennig Geld in der Tasche Austern bestellt, in der Hoffnung, mit der Perde bezahlen zu können. Schöne Grüße an Mama und Papa zu Hause. Das wollte ich nicht sagen. An alle meine Berliner Jungs und alle in den USA vergebildet. Ja, ich grüße auch. Hi, Mama, Papa. Mama, Papa, ich bin im Fernsehen. Grüße ich auch. Natürlich auch allen, die uns die Daumen drücken. Ich hoffe, ihr drückt uns die Daumen. Das ist ganz wichtig, damit wir das hier schaffen. Und damit ihr uns unterstützt. Und ja, das war's schon. Vielen Dank.